Hallo und herzlich willkommen zurück zur gepflegten Lego-Unterhaltung mit meinem räumlichen Toosten. Schönen guten Tag. Tüte 7, wir haben nicht viel Zeit. Los, war ja cool dabei. Wir bauen die Pferdänse. Wir müssen den Platz der Speicherkarte pfleglich nutzen. Auch weil das schaffen wir. Das ist eine 30-Minuten-Tüte. Du schützt das nicht. Ich unterschätze das immer. So, ich fang mal direkt an mit einem Fass, wie sie sich gehört. Schau mal einen Fass auf, ja. Ist der Fass nicht zu genossen? Der war schlecht. Oh, ein Baguette, so cool. Dann gibt es hier nochmal eine Kelche. Und dann muss ich warten. Du kannst schon mal blättern. Ja, bist du sicher? Ja. Ja? Ja, du hast doch gerade gesagt. Ich will dich ja nicht auf den Tritt bringen hier. Lol, da kommt Kirschen in die Kiste. Wie geil. Füße. Kirschen? Okay. Aber nur einmal. Wollt ihr mich übertreiben? Einmal pro Kiste eine Kirsche. Das sieht aus wie William Turner. Das ist alles Absicht. So, ich bin durch. Schön. Und da gucken wir einfach mal zwei Hände aus dem Wasser. Ja, so Greifer habe ich hier. Ja. Ich tue den Heim an die Seite. Ich weiß nämlich nicht genau. Nee, das ist der Fuß. Das ist verkehrt. Setz das doch hin. Das ist so. Ja, aber ich muss ja mal gucken, genau wo. Ja, du drehst dir doch zurecht. Achso, ich muss auch Ram zoomen. Ach Gott, ich kriege ja gar nichts mit. Sei viel zu weit weg. Ich muss doch mal was sagen, Leute. Ja, die können ja nichts tragen. Doch, die könnten schon, wenn sie mal. Kannst du schon mal blättern? Ah, jetzt bleib mal geschmeidig. Da fehlt sowieso noch so ein schwarzes Teil. Wie schwarzes Teil? Ja, so ein schwarzer 1.8. Na, hab ich doch. Den hast du schon? Deswegen hab ich da gesagt, Blätter schon mal. Okay, wenn du sagst. Okay, Verwirrung sitzt ein. So allmählich. Dann kommt der 2.2. Was gibt das denn her? Die kommen neben dem Blümchen. Und zwar senklich. Ja, da kommt das Blümchen hin. Ja. 4.8. 8. So. Das ist immer noch so ein Blümchen, ne? Ach so, ich dachte, du hast das da reingesetzt. Okay, ja. Das ist recht. Da kommt der Blümchen hin. Okay. War's das? Ich denke, ja. So, und jetzt wird's ans Angemacht hier. Bär. Einmal Bär. Einmal Bär. Einmal Bär. Einmal Bär. Ja, wenn's schnell gehen soll. Na. Das ist noch Fummelei grad. So, jetzt hat er. So, das hab ich. Das hab ich. Dann kommt das da drunter. Oh Gott, was passiert hier? Aber der kommt. Ich hab ja da, ne? Ach so, ich hab, ist ja nicht so schlimm. Ich bin grad überlegen, was hier grad abläuft. So, warte mal. So, der kommt da hin. So, jetzt hier gibt es einen Sinn. Dann kommt der da drauf. Und dann noch mal so drauf. Und dann noch mal so drauf. Und dann noch mal so drauf. Ja, jetzt kommt diese Blätter. Okay, jetzt hast du den hier. Der kommt dann hier hin. Dann bräuchte ich so einen flachen. Ja, in der Lausche. Dankeschön. Ja, den fehlt noch. Die beiden fehlen noch. Das seh ich überhaupt nicht von hier aus. Aber ja, wo so rechter von so rechter, da bräuchte ich wahrscheinlich wieder so ein Zweier dahinter. Ja gut, ich hab schon einen. So, da kommt hier so ein Ding ins drauf. Jetzt wollen wir das Ganze wieder auf der anderen Seite. Mein Gott, was soll das werden? Gute Frage. Gute Frage. So, dann kommt hier so ein flacher Deckel. Flacher Deckel. Flacher Deckel. Flacher Deckel. Flacher Deckel. Und dann haben wir die Seite noch nicht fertig, weil dann fällt der Haken noch. Dieser Haken, ja. Der kommt hier direkt drauf, ne? Genau. Okay. Äh. Auf die Insel. Ich glaube, das ist. Mal gucken, wie rum. So, ne? Der Haken zur Insel zeigt. Ja, genau. Der Haken zur Insel zeigt. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Du hast ja die Platte schon mal. Welche Platte? Da kommt da drin alle. Ne, zwei, zwei. Er kommt da drauf, ne? Da war die Zeit. Einer mit Haken? Hier, sowas. Und eine ohne. Andere ohne. Ja. Da kommt dann eine Schlange drin. Und ein Dingens drauf. Okay. Ein normaler Zweier. Und so. Der kommt hin. Auf die andere Seite. Und zwar so. Ja, die kann das nach vorne. Ja, okay. Das kannst du ja noch. Nach hinten. Oh, hä? Ja. Du brauchst das Skelett. Ja, Skelett. Wuhu. Buddy. Buddy. Ich mag Skelette. nicht. Du machst das Skelette nicht. Nur, es gibt bestimmt einige, die keine Skelette bei sich haben wollen. Also bei mir haben wollen würde ich sie jetzt auch nicht. Aber ich finde sie aus dem Lego halb cool. So. Ich finde noch einen Fuß. Ich sehe eine Hand, aber keinen Fuß. Heiliger. Und dann haben sie einen Fuß. Und dann haben sie einen Fuß. Ja, ja. Der war schlecht ich weiß. Ja. Gab es schon schlechter mit Lärmen. Aber der hat ja nur einen Fuß. Der hat 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 nur einen Fuß. Da ist ein verdammt. Wer kommt hier drauf oder was? Nee. Nein, nein, nein. Der sitzt... Doch. Der kommt da drauf, das ist richtig Das passt wegen dem Haken nicht, der musst du ein bisschen drehen für dich Hast du das Werkzeug schon drin? Nein Warum nicht? Dann kommt das, der Besen und eine Schaufelung Die Schaufel haben wir hier und die kommt hier das Fass rein Okay, zeigt So, okay, jetzt will er, was will er da, zweimal dieser, das ist der falsche Da ist der richtige Nee, das ist auch nicht der richtige, oder? Was ist hier, so ein Special-Stein? Doch, das ist der richtige Da ist extra perspektivisch dargestellt, dass man den richtigen Stein hat Mhm Der ist verkehrt, der ist richtig Und der kommt wohin? Hier zwischen, die Haken kommen nach außen Okay Da kommt noch so ein Bogen Ja, ich seh's auch gut Und auf die andere Seite kommt dasselbe in schwarz Und zwar nach innen Nach innen Genau Okay So könnte ich nicht weitermachen Ha, zwei Sekunden ausruhen Voll Stress gerade Gegen die Zeit bauen Ach, sieh das überhaupt Ich glaube, wenn du das noch in Rekordzeit aufbauen willst, darfst du die anderen auch nicht nutzen Hm Ohne, das ist aber schwierig Natürlich ist es das Aber mit dauert das länger, würde ich behaupten Ja logisch Wenn du genau guckst Ja Aha, jetzt kommen die Planken Da fehlt noch die andere Ja, ich bin dabei Ich bin gerade da dran Das fehlt, das fehlt, das fehlt Und zwar kannst du da jetzt hin Ich setz den mal drauf, ne? Ja, tu das Das ist verkehrt Aber der muss Der Viertelflaher zwei Ja, wirklich Dann kommt der da drauf Na, kommt Und der zwei kommt da drauf Ja, so sieht's gut aus Ja, so sieht's gut aus So, dann wollen wir den Burschen Eine von denen, eine von denen Eine Ampel Noch eine Ampel Noch eine Ampel Und den Burschen So Ich muss das hier auch noch kurz drehen Wie macht das? Jetzt weiß ich nicht, was ich hier tue Zeig mal Oh nein Boah Stabilität Sag mal Stabilität Okay Da fehlt noch hier dieser braune Ja, das ist ja auch deine Seite Ah ja Das ist nicht mein Job Das ist ja gut, oder gut Ben Stere So Einmal den Einmal den Einmal den Und dann ein Flachen Was darf ich denn da bauen? Ach, ich darf Ich brauch den zweimal Okay Bringen wir alles wieder auf eine Ebene Ja, ist auch wichtig Erst alles durcheinander bringen Und dann alles wieder auf eine Ebene Was ist denn der normale Zweier? Warte So Das sieht doch von der Idee aus Ach komm, stimmt der Klankenfone Ah Entschuldigung Alles gut Einfach mal raus dann Oh, das Fenster wieder schräg Ja, das setzt du nur so da rein, ne? Das ist ja cool Ja, das ist wirklich toll Es ist nicht immer alles gerade bei Lego, merkt man Ja, auch gut so Den brauche ich Den brauche ich Den brauche ich Den brauche ich auch Und Okay Dann drehen wir das nochmal kurz Ich muss auch gleich drehen wegen dem Ja, Christa Blanken Kannst du sofort haben Ja Ja Jetzt haben wir schon mal eine Ebene wieder So Machen sie es hübsch Mach es hübsch vorne, ne? Also die Fenster ist cool So, jetzt muss ich mal gucken, wo was ist Dran Einfach dran Klatschen sie es einfach dran Das ist ja auch wunderbar aussehen, ne? War das hier, ist das richtig, dass da eine Lücke ist? Ja, das ist frei tatsächlich Da Der eine Pin ist frei Na gut, da kommt ja eine Planke vorne, dann sieht das gut aus So sieht es aus Naja, dann muss man ja mit da dran So Da, da, da Das wird so Das wird so So, dann wieder Zwei Frauen Wieder Ich finde ja Farbe auch, ne? Sag mal Weil es unterschiedliche Farben sind immer Genau Es sind unterschiedliche Farben Irgendwas Hm Irgendwas? Hm Was du hast, ne? Er ist voll konzentriert Ja wirklich Okay Guck mal hier, das Ja, das ist für mich Ein Loch drin Doch, das ist da auch Ah ja, okay Warum auch immer das offen bleibt Aber hier ist es Doch, das ist verdeckt durch die Säule Achso Wenn du grad drauf guckst, ist das Loch verdeckt Okay, okay Ja, dann Na haben die sich gedacht, wir sparen uns mal Ja, das ist Denkt man, das ist falsch Es ist richtig, dass man das denkt Aber ist es nicht Ist das hier so? Dann kommt das hier so Das kommt hier so, ne? Das kommt hier so Aber Kommt das ganz da rein? Oh Mann, der war noch mal kurz So, der kommt da hin Das kann aber nicht sein Klar kann das sein Nein, das kann nicht sein Weil die Planke stößt nämlich davor So Das muss denn auch Wenn ich das ein bisschen rüber schiebe, ne? Ja, das kann ich ja mal schieben Alles klar Dann setzen wir einen rüber Dann passt das Entschuldigung Ach, Quatsch So Das mal hatte ich, ne? Die stößt nämlich davor Sonst passt das nicht Das hast du fast hingestellt, ne? Ach, siehste Das hat mich jetzt völlig aus dem Trip gebracht Kommt das denn hin? Direkt in die Ecke, oder? Ich stelle es aber mal da hin Ich stelle es aber mal da hin So Doch, passt ja Das sah ganz so knapp aus Das ist einfach in der Luft Mhm, noch Ja, aber Da müsste eigentlich jetzt noch davor Wahrscheinlich kommt da auch noch einer drunter Deswegen Obwohl ja nicht irgendeine Zeit, ne? Doch, stimmt Hier, guck da ist ein zweiter drauf Da ist ein zweiter drauf gekommen Ach, da hast du es vergessen Ich hab gar nichts vergessen Ich hab gar nichts vergessen Ach Siehst du? Hattest du vergessen Ja, weil das hier liegt hinten Doch, doch, das war angezeigt Ja, ist ja gut Ich hab ja nachgeguckt Ja, ist gut Anleitungslügen nicht Anleitungslügen niemals Die sagen nur nicht immer die war Boah, schon wirklich schön genommen Mit einer Kirsche drin Eine Kirsche, das ist super Scheint ein Wichtiges gut zu sein Ja, Kirschen sind super Und hier ist ein Keks drin, oder was? Ah ja Das ist aber falsch Das machen wir mal so Dann kann ich den hier so machen Und den so machen Und der kommt dann hier drauf Hier rum zu den tatsächlich Und noch eine leere Kiste daneben Und noch eine leere Kiste daneben So Fällst du dir da nicht? Selbst das mache ich genau Muss ja auch So, sonst haben wir hier Ah, eine Ananas ist das Achso, ich dachte schon, es wäre ein zweiter Kopf Die dachte ich auch, ja Ja, dann ist das für Ach, die hast du schon Ja, dann bleib da Die ist dann für dich noch Ich hab doch schon zwei Hast du schon zwei? Ja Dann kommt hier 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 die Banane Dann kommt da rein Da kommt noch eine Kiste drauf Ja, eine Kiste kommt da drauf Kannst du auch so eckenmäßig Dann kannst du die ein bisschen eindrehen Da hab ich ja Ja, eine Lampe Ja, eine Lampe Nee, gar nicht mal Ach, doch eine Lampe Hä? Wie, hä? Ja, schon gut Ich muss das nur gerade mal sehen Ja, was wir da zu machen haben Na ja, so funktioniert das Okay Okay Was ist denn der zweite davon? Ich hab doch schon hier Okay Bin mal schon dabei Kein Scheiß Ich bin gleich fertig Gleich hab ich's Gleich hab ich's Lass mal da Lass mal da Die kommt wohin? Schon eine Idee? Irgendwo hier an der Ecke, ne? Die kommt Hier fünf davon Eins, zwei, drei, vier, fünf Da hin? Jetzt vier Also so Ja, genau Okay Aber warum haben wir hier noch so viel übrig? Ach, die Paddeln, das ist Wo könnte man das da hinten rum nehmen? Kommen wir gleich wieder Wir haben es ja letztes Mal auch gefunden So, die Paddel kommen An den schwarzen Ach, der ist tatsächlich noch eine Seite, siehste? Ja gut, wenn man ein paar Kirschen über hat, okay Da gucken wir gleich nochmal Wie immer extern Ja, ich hab die Idee, wo das hinkommen kann Ja, ich hab die Idee, wo das hinkommen kann Ja, das war Tüte Nummer sieben Ja, das war Tüte Nummer sieben Ja, ich hab das sicher Ja, ich hab das hier Könnten wir so da dran machen Da gucken wir gleich nochmal Ne, das muss da dran Wir haben noch Zeit Ja, wir gucken Und doch, die kommt sogar da dran, siehste? Ja, okay Ja, ich hab gewonnen Party Ja, wir sind mehr von der Insel gebaut Jawohl Details, 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 Details Mal schauen wie es weiter geht Bis zur Tüte 8 Ciao Ciao Ciao